gude das heißt wieder rocket league für uns und uns das ist bouncer alias aka er kann nix ist es direkt ein ranket oder was geht jetzt hier und natürlich ich bin ja anmoderation war noch beschäftigt ja jetzt bin ich ja dabei wenn du willst auf jeden fall hallo leute ich bin er hat nicht mal locker gespielt er wird ein schöner pass eigentlich das war er hat mich die spiel ich aber auch aus mann ich bräuchte mal das langt nicht doch sie sehr gut der war aber ganz schön schwach geschossen ist jetzt hier wieder defensiv und so ich habe das gesehen er fliegt ist unglaublich was hier abgeht ich habe mich und den nein der hat mich ausgetrackst ein verdammt geschnickt anti ich war damals so sehr gut ja das nennt man fliegen das war was ich mache was machst du hier vorne bleib bloß im 2 ich wusste noch absprach müssen es besser ja der kann nichts so ab der ist ganz hinten der andere ist noch fertig jetzt ist der andere da gerettet das war nicht schlecht jetzt musste ich weiß auch nicht warum ich nicht getroffen habe in meinen augen bin ich voll dagegen gefahren achtung ach ja okay egal du könntest mal generell was treffen ja das ist mir alles zu blöd leute jetzt guck mal wie geil ich die ausgespielt habe wo bist du hier voller leben ja ich weiß auch nicht was gerade los ist ich kann nix ja du könntest ja mal aufs trot bringen ich mach dir in die mitte er macht in die mitte und er macht noch mal sehr unglaublich und das machen wir jetzt noch nein da habe ich gedacht dass es ja jetzt schön ausgespielt du bist doch genau dagegen geflogen fahr dagegen wenn es geht okay das war gut hinterher komm runter ja ich sie es was ist das für ein ball das machen sie nicht schlecht gebe ich zu und glück kommt halt auch noch dazu egal egal das heißt noch gar nix du bitte gegen was für leute spielen wir hier gerade eigentlich was wollen wir jetzt zum schluss ich gold 1 gold 2 ich weiß ich habe noch hier sehr schön gemacht ich kriege aber gar nix grad hin also mehr gegen auch nicht als nur das zu machen du bist allein er geht nicht ich bin im tor das ist gut ich mach den jens gut beikampf bleib im tor bleib immer noch sehr schön nix ich glaube der andere ist gerade afk oder mach den rein nice ist mir egal das geht ja beim ranket gibt es kein pardon sorry hab bloß 50 spielmacher habe ich gekriegt schöne vorlagen gern geschehen rückwärtssaldo habe ich dir den gemacht sag du wir spielen jetzt defensiv ich bleib erstmal hin du gehst drauf der fährt nicht hab ich gesehen habe ich aber nicht nutzen können nein weg oh nein naja ich bin im tor ja das ist wichtig ich fahr hin oh eie ja der kommt zu weit ja einfach rein machen ja einfach rein machen das wäre schön gewesen der war saue schnell ey oh das war eine monster vorlage war noch vorgelegt oh das hätte ich einfach die einfach weg machen hey der kann einfach gar nix willst du mich verarschen ja den ball ich konnten halt nicht mehr rein machen ja wie warum nicht leg ihn einfach vorbei war zu langsam ja vorbei in welche richtung den leg mal vorbei links rechts wurscht mach den der ist a scheißdekst der afk ich wollte dich ermundern dass du dich dass du gas gibst ohne boost ohne nix ha nun gut boah ich bin nur dings hey gold 2 liga 1 ne ich bin gold 1 liga 1 hey ich kutsch gleich runter in silber naja weißt du mit so nem lupen wo ich dazu ja ich bin zehn punkte besser und guck mal was ich alles hab drei vorlagen zwei paraden das stimmt halt wirklich kein tor und zehn punkte besser wie geht denn das ja indem ich mehr leiste unterwegs ach bullshit unterwegs wenn du einmal unterwegs sagst komm ich vorbei komm ich unterwegs vorbei die ist unterwegs boah ist es unscharf bei mir jetzt ist es jetzt hier folge gleich mit dran oder na loo das gibt direkt eine doppel folge für unsere zuschauer nur für euch also los geht's jetzt machen wir dir aber nasse es gibt einen monster pass wohin oh zu dir oh ja genau wenn du auch aufgibst gleich wie ich verteidige nicht das ach du ja spiel vor ich war klar dass der besser ist ja genau nix ist der besser aber es gibt einfach wie ich mach mach den jetzt rein weg weg ah nein bei mir klar ja hier ach ich bin mit so einem vorbeigespitzelt da lassen wir noch selbst machen weißt du was ich bin jetzt afg ja ja ach ich kann grad gar nix jede flug einlage geht schief verteidigt das jetzt mal mach mal erst für dein geld hier eine vorlage was ist denn jetzt mit dein mikro los ah wie sowas ist mit dem das hat sich gar nicht komisch angehört ach gar nix kann dir ich muss alles alleine lernen ja ich seh's mhm oh gott das war kacke sehr gut weiter los keiner da jetzt erst ja ja ach ne du bist so ein Wichser du bist net normal ich hätte ihn so gehabt ach am im Arsch du hast ihn voll raus gemacht ja komm jetzt hier bitte ja was soll ich denn da machen was da geht gott sei dank du bist voll leise grad komm mal wieder näher ans mikro ich bin ich hab's quasi im ne jetzt bist du wieder besser gucken der hat's doch gut gemacht wusste ich gott sei dank ey du ich sehr gut dass du da bist ich weiß ich kenne dich schon ich bleib Achtung da komm hör auf wie ich ich bin hinten ich komme aber wenn du willst warte ne ne bleib los gehts doch doch wie los jetzt wirst ich versuche aber heute die miesesten Tricks kleines Wunder dass sie nicht funktionieren sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut oh oh du musst ja ja wunder weiter hinterher ja der ist schön und jetzt drüber ich bin ach der hat ihn ganz schön weit gemacht sehr gut oh scheiße du bist denn da ok ok bisschen ach schade schade ich fahr wieder ins zu gut der ist gut den mach ich jetzt rein Achtung bisschen ach ok alter ich seite nebengegangen ich hab den weg ich weinst du ups oh gut ich warte nicht ach wir führen ja gott sei dank ne dropkick da keiner da keiner da jetzt kommt er nochmal hier egal wie ja schade ach da ist eine Wand der hat den Ball vergessen fahr hin bisschen querlich doch doch man jetzt einfach ins Tor fahren können er stellt er sich genau vor mich ich dachte ich bin weiter weg da dann hindern wir uns dagegen gegenseitig gegenseitig steche ja du mich oh der hält aber auch wieder alles wir haben heute kein glück ich kann nicht abgerankt werden nein ja ist gut den mach ich nee ey den hab ich sowas von reingemacht da warst du vorher dann dann hab ich sowas von reingemacht ja nackt siehst du nee ich muss okay jetzt leg ich mal los die Fahne glaube ich zack oh oh ähm der kommt gar nicht so schön ja schon rum einfach halten pff der war sauknapp auf den Boden mit ihm zack ok sehr schön also haben wir doch gesagt eine Drehung noch für euch juhu juhu der Sieg war für euch ja in diesem Sinne haut rein Jungs und Mädels gute guten